Herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr wolltet gerne mal wissen, was ich hier alles in meinem kleinen Lager so einsortiert habe. Und das schauen wir uns jetzt direkt mal an mit einer kleinen Lagertour. Viel Spaß dabei. Und bevor wir jetzt loslegen, mache ich nochmal ein bisschen mehr Licht. Ja, und ihr seht schon, hier mit meinen zwei LED-Strahlern habe ich schon ein bisschen mehr Licht am Start. Das ist ultra hell und super hier für die Poliervideos. Zu den Lichtern und zu den ganzen Sachen, die zum Polieren wichtig sind, kommen wir natürlich in den zukünftigen Videos. Heute geht es mal um mein kleines Lager. Und dann fangen wir direkt oben links an. Hier habe ich so die ganze Glasfraktion. Da sind die Reiniger dabei. Das sind auch die Versiegelung und die Versiegelungsabtragungsprodukte da. Und hier im Hintergrund habt ihr auch schon jede Menge Tugalin-Flaschen. Die habe ich besorgt hier bei RTU im Sonderangebot. Direkt mal hier für euch zugeschlagen. Und die waren dann natürlich auch in Gewinnspiele mit rein. Das müssten jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Flaschen mindestens sein. Ich habe auch jede Menge Fürchtflaschen hier für euch am Start, die immer mal in Gewinnspiele wandern können. Und dann habe ich hier die weiteren Sachen einfach einsortiert. Das ist jetzt noch nicht 100% die Sortierung. Hier haben wir so die Detailer, den Chemical Guys P40 Surf City Garage. Speed Demon Wax Detailer von Softline 9, das Speed & Barrier. Und hier sind jede Menge Sachen, die ich auch in den Videos noch nicht drin hatte, aber kommt in Zukunft. Hier oben kommt dann erstmal die kleine Shampoo-Fraktion. Hier haben wir von Chemical Guys was dabei. Das Blacklight Mr. Pink. Aber auch die günstigen Sachen, wie hier hinten von Sonax und hier Nanolegs. Surf City Garage und das Adams Trip Wash. Das werde ich auch mal in nächster Zeit testen, weil das soll ja auch Wachs- und Versiedlungsreste so ein bisschen mit anlösen und vom Lack runter bekommen. Und das wäre eine feine Sache. Das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Dann haben wir hier das Valid Pro Snow vom pH-Neutral. Dahinter das Advanced und ganz hinten das Combo 2. Und ihr seht schon im Hintergrund, da steht meine Gloria. Und ihr seht, drei frische Glorias habe ich noch am Start. Und ihr wisst ja, alle Sachen, die ich so mehrfach hier im Lager habe, die gehen auch in Gewinnspiele. Und die drei werden auch in Zukunft hier an euch rausgehen, weil ich bin absolut zufrieden mit einer Gloria. Und vier Stück brauche ich nicht unbedingt. Aber die gab es, wie gesagt, günstig bei Amazon. Und da habe ich für euch dann direkt hier zugeschlagen. Schauen wir mal weiter. Hier habe ich so eine kleine gemischte Fraktion. Hier habe ich das Gleitmittel von Petzols hier für die Knete. Hier vorne haben wir auch nochmal das Outdoor Bright Direct, den Snowform. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Video habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Dann hier Citrus Bling kann man auch schön mischen hier, um da Gleitmittel für Reinigungsknete zu schaffen. Ein APC von Valet Pro. Also das ist nicht 100% hier sortiert. Da muss ich mir nochmal ein paar Gedanken machen, dass ich das noch ein bisschen erweitere. Und vielleicht kommt hier noch der eine oder andere kleine Schrank dazu, damit das hier noch ein bisschen besser sortiert ist. Dann hier hinten habt ihr die zwei Eimer. Links Maguires, rechts den Chemical Guys mit den Dirt Traps. Und hier, die Schaumlanze hatten wir ja im letzten Video am Start. Die hat mir richtig gut gefallen hier von Klarret. Nochmal ein großes Dankeschön an den Abonnenten, der mir hier die Schaumlanze empfohlen hatte. Und für 30 Euro war ich super zufrieden damit. Die Kärsche tut es auch, aber ja, so eine Klarret macht einfach noch ein bisschen mehr Gaudi an der Stelle. Hier hinten haben wir noch die ganzen Quasarflaschen zum Anmischen von verschiedenen Reinigern. Wenn ihr doch mal was verdünnen wollt. Oder auch zum Beispiel für einen Felgenreiniger könnt ihr damit super benutzen. Wichtig ist nur bei den Quasarflaschen immer wieder ausspülen. Die sind nicht unbedingt hier auf Dauer chemie resistent. Und vor allem die Dichtung hier im Inneren. Also wenn ich hier so aggressivere Stoffe in die Quasars einfülle, dann danach wieder ausleeren. Beziehungsweise aufbrauchen und reinigen. Ganz, ganz wichtig. Hier vorne haben wir noch die diversen Proben von Adams. Die habe ich mir hier alle mal geordert, um die alle mal auszuprobieren. Da gibt es auch noch jede Menge Videos. Im Moment kann ich hier nicht jeden Tag ein Video raushauen. Ich muss ja auch noch nebenbei arbeiten gehen. Und ein bisschen ausruhen muss man sich auch noch. Und wenn man dann im Hintergrund noch an den größeren Projekten arbeitet, wo man viele, viele Theoriesachen klären muss. Wo man viele Zahlen raussuchen muss. Dann bleibt nicht immer Zeit für ein Video. Aber das wird sich in Zukunft auch wieder normalisieren. Und es wird jede Menge Videos hier für euch geben. Hier haben wir noch ein paar Glanz-Shampoo-Proben von Petzold. Die wurden mir zugeschickt. Noch einmal ein großes, großes Dankeschön an den Christian Petzold hier. Die hatte ich auch beim Community-Treffen dabei. Und ihr seht schon hier von den Proben von Adams ist auch nicht viel übrig geblieben. Und bei den nächsten Treffen werden dann wieder jede Menge Sachen hier für euch mit dabei sein. So, dann haben wir schon die obere Fraktion eigentlich abgeschlossen. Also die Snowfoams hier, die Shampoos, jede Menge Glassachen, die kleinen Detailer. Und jetzt gehen wir mal hier eine Etage weiter runter. Hier an der Seite habe ich so kleine Dinge, die ich nicht unbedingt einsortieren konnte. Zum Beispiel hier von Sonax den Teerentferner hatten wir schon im Test. Dann habe ich hier noch einen Kraftstoffzusatz. WD-40, das ist so hier die kleine Gerümpel-Ecke für die Sachen, die man einfach nicht sofort zuordnen konnte. Hier die Metallpolituren, das werde ich alles nochmal ein bisschen genauer und besser sortieren. Hier habe ich auch die einen oder anderen Insektenentferner. Ich nutze ja sehr gerne den hier von Kochschämie, aber auch der Nanolex ist super. Haben wir auch schon Videos dazu gehabt. Dann geht es hier weiter zu den Wachsen und Sprühwachsen. Die sind verschiedene Sachen verteilt. Auch das Soft 9912M. Ich habe noch das King of Gloss und Kiwami. Das habe ich alles noch oben. Also diese Fraktion hier noch ein bisschen leer. Aber eigentlich würde das Ganze hier schon sich im oberen Bereich von der Füllmenge befinden. Deswegen muss ich noch ein bisschen zusätzliche Sachen hier unten reinräumen. Kommt in Zukunft. Ja, dann geht es hier auch schon in den Innenraum. Hier sind alles Reiniger, Multi-Interieur-Cleaner, Innenraumreiniger von Clean Extreme, Colorlack, die ganzen Sachen. Kochchemie, Cockpitpflege, alles so was Kunststoff betrifft. Und hier hinten im hinteren Bereich haben wir auch noch Leder- und Textilreiniger, die ich auch schon im Video hatte. Hier vorne haben wir noch den Plaster. Und dann geht es hier auch schon an die sanfteren Sachen von Maguire's Natural Shine Protect. Dann habe ich auch zwei Flaschen. Da könnte man vielleicht auch noch mal eine hier im nächsten Gewinnspiel raushauen. Oder vielleicht zum Livestream am Donnerstag, den 20.04. Klar noch mal ein bisschen Werbung machen an der Stelle. Am Donnerstag mache ich dann 19 Uhr noch mal einen richtig schönen Livestream. Das macht immer Spaß. Denn wenn es doch mal ein bisschen schlechteres Wetter ist, kann man abends trotzdem noch jede Menge Leute hier von euch erreichen. Ihr könnt eure Fragen raushauen. Und wir sind hier für euch da. Und versuchen hier das so gut wie möglich für euch zu beantworten. Und deswegen schaut mal rein am Donnerstag um 19 Uhr auf meinem Kanal. Ja, ich habe hier schon weiter geschwenkt auf die ganzen Felgenreiniger. Ich habe wirklich jede Menge Felgenreiniger am Start. Hier muss ich auch mal ein bisschen ausmisten in Form von kleinen Verlosungen an euch. Die ganzen Flugrostentferner, die sind alle noch oben hier vom letzten PH-Wert-Test-Video. Und ich denke mal hier, das ist eine gute Ausbildung. Und hier an der Seite steht noch der A1 Flugrostentferner. Den hatte ich vor ein paar Tagen im Einsatz. Gefällt mir gut, aber kann nicht unbedingt so mit dem Iron X oder dem Iron von Gian zum Beispiel mithalten. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber generell für die normalen Flugrostverschmutzungen hier geht der A1 auf jeden Fall in Ordnung. Ja, dann schwenken wir mal weiter hier zum Polierbereich. Hier vorne ist meine Flex sicher und staubgeschützt verpackt. Mit der arbeite ich sehr, sehr gerne. Ihr müsst auch mal unbedingt bei Facebook oder Instagram vorbeischauen. Da poste ich immer mal so kleine Impressionen hier vom Polieren. Aber noch nicht so große Videos, denn die kommen ja dann alle hier im großen Poliertutorial. Und in Zukunft, wenn das dann durch ist, kommen dann jede Menge schöne Videos hier zum Thema Aufbereiten. Da haben wir auch mal verschiedene Problemfälle und machen auch mal schöne Extremtests. Das kommt alles dann nach den Tutorials. Ja, da habe ich hier meine Buff & Shine Pads, mit denen ich gerade sehr, sehr gerne arbeite. Die gefallen mir super. Es ist im Moment nicht nötig, hier auf andere Pads umzusteigen. Die gefallen mir richtig gut. Ihr habt hier verschiedene Stärken. Die arbeiten super. Die werden auch nicht zu heiß. Das ist wunderbar. Gehen wir mal hier um die Kurve rum. Ich wurde gebeten, auch mal das Poor Boys Black Hole zu testen. Das kommt auch auf jeden Fall. Hier habe ich auch noch die Maguire's Ultimate Compound und den Swirl Remover. Sind super anwendungsfreundlich und auch für Anfänger super geeignet. Verzeihen auch die ein oder anderen Fehler, die man vielleicht am Anfang machen könnte. Bisschen Abklebeband habe ich hier auch noch. Das hier oben ist einfach nur Tesa. Das ist kein Abklebeband hier zum Polieren. Das nehme ich nur, um vielleicht irgendwelche Folien-Sachen anzukleben. Hier unten habe ich das Scotch-Tape von 3M. Aber ich habe jetzt auch noch diverse andere Bänder hier geordert. Und das füllt sich jetzt nach und nach. Und die Leute, die vielleicht im Livestream schon dabei waren, haben gesehen, ich habe auch hier dieses Pad-Tool von ROOPS schon im Einsatz gehabt. Besser gesagt, ich habe es im Livestream gezeigt und kurz hier die Funktion erklärt. Funktioniert gut. Kleiner Hinweis an der Stelle, was ich herausgefunden habe. Je weicher das Pad ist, umso anfälliger ist es auch hier für diese Bursten. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da kommt aber auch nochmal ein schönes kleines Video dann dazu, wenn wir beim Thema Polieren sind. Ja, dann schauen wir uns auch nochmal hier eine Etage weiter unten um. Ich habe hier noch die Minzerna 3 in 1. Das Cleaner Wax von Maguire. Also das sind nochmal so Sachen, mit denen wir einfach im Moment ziemlich viel rumprobieren. Und hier im Hintergrund habt ihr dann auch die riesengroßen Boxen mit den Trockentüchern. Da habe ich verschiedene. Ich habe das ein bisschen sortiert. Hier haben wir so die für die Details. Auch ein bisschen nach Größe sortiert. Also diese Tücher nur einseitig nutzbar zum größten Teil. Hier haben wir die zweiseitig nutzbaren, aber auch eher im kleineren Segment angeordnet. Und hier in der anderen Box auf der linken Seite habe ich so die Sachen, die einfach richtig viel Wasser saugen. Master Fibers, die ganzen Dodo Juice Trockentücher sind hier drin. Und auch noch oben links im oberen Bereich die Waffeltücher. Ja, das ist nicht alles 100% sortiert. Deswegen habe ich noch hier ein Regal geordert, um doch noch eine bessere Sortierung hier hinzubekommen. Hier unten haben wir noch eine große Kiste mit den ganzen Felgenbürsten, die ich hier schon in Tests hatte und auch zum Community-Treffen mit hatte. Und dann sind wir eigentlich schon so langsam am Ende angekommen. Es gibt noch ein paar Sachen im Hintergrund, die möchte ich euch aber noch nicht zeigen, weil die würden zu viel verraten. Und deswegen sind wir an der Stelle eigentlich schon mal durch mit der ersten Runde hier meines kleinen Lagers. Ja, ich bin ja kein Shop, also das ist eigentlich nur alles hier privat. Und deswegen hier lage ich, wie gesagt, die Sachen, die ich schon in Tests hatte oder noch nicht in den Videos drin hatte. Aber wie gesagt, kommt alles in Zukunft. Oben die Sachen, die ich einfach mehrmals hatte, die wandern wie immer für euch hier in Gewinnspiele rein. Ja, und damit kann ich eigentlich mal direkt wieder vor die Kamera wandern. Und in den nächsten Tagen wird es dann losgehen hier mit den Poliervideos. Das wird für Anfänger sehr, sehr sinnvoll sein. Ihr werdet viele Grundinformationen bekommen. Natürlich sagen jetzt die, die schon länger polieren, das kenne ich alles schon. Ist ja ganz normal, aber man muss auch die Leute, die vielleicht noch ein bisschen Angst vor dem Polieren haben, an das Thema ranführen und vielleicht zeigen, dass es doch nicht so kompliziert sein kann. Aber es ist immer noch eine Kunst für sich und bedarf viel, viel Zeit und Erfahrung. Und dafür kommen dann hier die Videos für euch raus. Und in den nächsten Tagen kommen auch noch Videos zum Thema Raumsetup. Ihr seht ja hier unheimlich hell und ich habe schöne Lampen gekauft. Die sind nicht teuer gewesen, die habe ich auch mit euren Spenden hier finanziert. An der Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die hier vor allen Dingen in den Livestreams dann die ein oder andere Spende dalassen. Nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Da werde ich mir auch nochmal was Schönes einfallen lassen hier, damit das Ganze noch ein bisschen honoriert wird. Und die Lampen, die hier im Hintergrund leuchten, die habe ich von den Spenden finanziert und die waren nicht teuer und leisten Unglaubliches. Und man muss nicht immer viel Geld ausgeben hier für das ganze Setup, um trotzdem ein richtig gutes und schönes Ergebnis zu bekommen. Und damit danke ich euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben von euch. Lasst einfach mal einen Kommentar unten da. Wenn ihr noch hier Verbesserungsvorschläge zur Sortierung habt, dann unten in die Kommentare damit. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao.